Alle Streckenposten, gelbe Fahne, Strecke frei, so. Alles klar, die Jagd geht weiter. Und los geht's. Nach wie vor Entführung, die 196 steht die Schwall. Aber Weihnacht, da kam vom Platz 2 zwischen Andreas Loskind und Kairo Schröder. Aber jetzt gibt der Röder auch schon wieder Probleme. Und der nimmt den Günther, der lässt sich das auch jetzt. Ja, Sie sehen meine Damen und Herren, so geht das. Da wird um jeden Zentimeter gefeiert. Hallo, ich bin jetzt. Ja, jetzt kann man ausmachen. Ich hole ja. So meine Damen und Herren, noch eine Runde für den Führerinnen, Didi Schwall, auf der 2, Loskill, Andreas, auf der 3, Kalgo Schwodo. So meine Damen und Herren, 2.8 bedeutet nichts Gutes, das ist auch bei den Rennen so, das heißt jetzt für den Kameraden ist, rote Farbe, rote Farbe. Da unten hat sich schon wieder einer verabschiedet.